Man nennt mich auch Veit und ich komme heute auf meinen Dialog mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer zurück. Ich hatte ihm ja eine Mail geschrieben aufgrund der Veranstaltung in Magneukirchen vom 5.2. und unseren Fragen, die wir dort ihm übergeben haben. Er hatte ja erst mal nicht geantwortet auf diese E-Mail. Die habe ich dann erinnert. Dazu waren dann meine drei vorhergehenden Videos. Und nun habe ich dann doch noch mal ein Schriftstück, einen Brief geschickt, damit es dann wirklich einen Aktenvorgang gibt und den man nicht mehr so einfach ignorieren kann. Den habe ich ihm geschrieben und es gab auch eine Antwort. Erstmal mein Brief noch mal ganz kurz vom 18. März. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrter Herr Kretschmer, Da ich noch keine Antwort auf meine Fragen anlässlich Ihres Besuches in Magneukirchen habe und auch keine durchaus bei Institutionen und Unternehmen übliche E-Mail-Eingangsbestätigungen, sende ich Ihnen nur noch diesen Brief mit dem gleichlautenden Text meiner ersten E-Mail vom 3.3.2019. Vielleicht sind die Mails ja auch verlustig gegangen. Sie sehen, mir sind Ihre Antworten auf diese Fragen wichtig. Hier nochmal der Text. So, den Text wiederhole ich natürlich jetzt nicht. Der ist im zweiten Video zu sehen. Und ja, dann habe ich wieder ein bisschen gewartet und dann kam tatsächlich eine Antwort. Und die lese ich euch jetzt mal vor. Und zwar kam die Antwort am 18. April, also einen Monat, ca. einen Monat nach meinem Schreiben. Sehr geehrter Herr Günther, haben Sie zunächst vielen Dank, dass Sie sich mit Ihren Mails und Schreiben vom 3.15. sowie 18. März 2019 an Herrn Ministerpräsidenten Michael Kretschmer gewandt haben. Das zeigt, dass Sie sich engagieren und Ihnen, Ihr Umfeld und das, was um Sie herum passiert, am Herzen liegen. Ihre Schreiben wurden mit Interesse gelesen. Ich wurde gebeten, Ihnen zu antworten. Der Ministerpräsident nimmt sich in Veranstaltungen unter anderem in den Formaten der Staatskanzlei direkt. Michael Kretschmer im Gespräch mit Ihrer Gemeinde und dem Sachsen-Gespräch gern und regelmäßig die Zeit und redet mit den Sachsen über die Dinge, die Sie bewegen. So stand er auch in Magneukirchen am 5. Februar 2019 einige Stunden, auch weit über das offizielle Ende der Veranstaltung hinaus, für Gespräche und Diskussionen zur Verfügung. Sie haben erlebt, dass dabei wirklich alle Themen auf den Tisch kommen können. Die Inhalte des am 5. Februar 2019 in Magneukirchen an den Ministerpräsidenten übergebenen Ordners wurden in der Sächsischen Staatskanzlei zur Kenntnis genommen. Zum darin konkret vorgetragenen Themenkomplex betreffs des örtlichen Gymnasiums fand am 9. April 2019 ein Gespräch in der Schule statt. Darin nahmen die betroffenen Eltern, der Schulleiter, der Bürgermeister sowie der Leiter des LASUB-Standortes Zwickau, Herrn Graubner, teil. Zu den von Ihnen übermittelten Thesen, Titetainment, Kulturmarxismus und Transhumanismus kann ich Ihnen mitteilen, dass der Ministerpräsident Ihre Ansichten nicht teilt. Es steht Ihnen natürlich frei, diese Thesen zu vertreten und zu äußern. Dies gilt auch für weite Teile der Inhalte des bereits angesprochenen Ordners. Einschränkend möchte ich jedoch darauf hinweisen, dass beleidigende und eher verletzende Äußerungen nicht von der Meinung freigedeckt sind. Zu den von Ihnen angesprochenen Vorkommnissen rund um das Fußballspiel des Chemnitzer FC am 9. März 2019 kann ich Ihnen mitteilen, dass der Ministerpräsident den Verein unterstützt. Dies hat er mit seinem Besuch des Vereins und im Gespräch mit der Mannschaft am 27. März 2019 deutlich zum Ausdruck gebracht. Entscheidend für die Zukunft des Vereins ist jedoch, welche Schlüsse aus den Fehlern und Ereignissen nun durch die Verantwortlichen und die Fanszene gezogen werden. Eine Zukunft mit Rechtsextremisten kann es dort nicht geben. Zur Zusammenarbeit mit AfD und Linkspartei hat sich Ministerpräsident Michael Kretschmer mehrfach auch in der Veranstaltung am 5. Februar 2019 in Magneukirchen deutlich geäußert. Mit ihm wird es keine Zusammenarbeit mit den genannten Parteien geben. Zur Begründung sei auf das in Magneukirchen von ihm Gesagte verwiesen. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein frohes und gesegnetes Osterfest und sende freundliche Grüße aus der Landeshauptstadt in die Musikstadt. Christoph Höpfner, Sächsische Staatskanzlei etc. pp. So, also es ist in der Antwort gekommen. Das ist erstmal zu begrüßen. Das ist in Ordnung. Und jetzt möchte ich mal auf die einzelnen Punkte kurz eingehen. Also, der übergebene Ordner, der hatte dann auch Thematik Gymnasium dabei. Da gab es ein paar Vorfälle, die seitens Eltern kritisiert wurden, die an Indoktrination nicht nur erinnern, sondern aus meiner Sicht auch Indoktrinationen der Schüler beinhalten. Und hier schreibt er, es gab ein Gespräch in der Schule, daran nahmen die betroffenen Eltern etc. teil. Soweit ich weiß, haben nicht alle beteiligten Eltern dazu eine Einladung bekommen, wie auch zu einem Gespräch in einer Stadtratssitzung hier in Magneukirchen. Also das ist schon mal nur die halbe Geschichte. So, dann zu den Thesen. Also ich habe keine Thesen geäußert in meinem Schreiben, sondern ich habe Fakten dargelegt zu den Positionen Tititainment, Kultur, Marxismus und Transhumanismus. Diese Fakten sind nicht zu leugnen. Diese Fakten sind niedergelegt in Büchern mit Aussagen der Handelnden, nicht von irgendwelchen Bloggern oder von irgendwelchen anderen Leuten oder von mir, sondern das sind handelnde Personen, die dort ihre Sichtweisen der Welt darstellen. Wie zum Beispiel Zbigniew Brzezinski oder wie zum Beispiel Ray Kurzweil und andere. Dass da in Wikipedia natürlich nur Humbug drin steht, das ist ja von Wikipedia mittlerweile bekannt. Da gibt es ja dann auch die Geschichten von Vicky Hausen. Die Zensur in Wikipedia ist ja auf dem Vormarsch. Ja, also das ist natürlich so eine Sache. Er unterstellt mir, dass das Ansichten wären. Okay, und er hat diese Ansichten nicht. Und damit ist die Sache für ihn erledigt. Ja, so kann man das machen. Ja, also eine tiefgründige Auseinandersetzung mit den Themen. Ich hatte das ja schon vermutet, ist ihm zeitlich sicherlich nicht möglich. Das heißt, Politiker, ein Ministerpräsident, hat null Ahnung von wesentlichen aktuell stattfindenden politischen Entwicklungen. Transhumanismus, Kulturmarxismus und Tititainment sind solche Entwicklungen. Und der sächsische Ministerpräsident sagt, er teilt die Ansichten nicht, er ignoriert die Fakten. Naja. So, dann einschränkend hier mit diesen beleidigenden und eher verletzenden Äußerungen. Also von mir kam da sicherlich keine in diesem Ordner. Und was da drin gewesen ist, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe mir diese vielen Seiten, die wir dort zusammengetragen haben, von vielen Leuten nicht alle durchgeguckt. Ja, zum Vorkommnissen um das Fußballspiel. Mit Extremisten habe ich prinzipiell nichts am Hut. Ob das Rechte sind oder Linke sind oder Islamisten sind oder Zionisten sind oder vollkommen egal, Extremisten sind, sind nicht mein Fall. Und da bin ich sicherlich mit ihm einer Meinung. Aber er schreibt hier Rechtsextremisten und lässt die Linksextremisten weg, die vielleicht beim Chemnitzer FC am Rande nicht vorkommen, aber dafür bei anderen Fußballclubs. Und da wird nicht getrommelt, da wird nichts gemacht. Also es scheint schon so, dass hier die CDU deutlich nach links gerückt ist, um sich anzubändeln, weil mit wem soll man denn sonst koalieren, wenn nicht die SPD das nicht mehr schafft. Und es bleiben ja nur Alternativen. Rot-Rot-Grün mit den hochgeschriebenen Grünen. Das ist ja auch so eine Sache, die haben ja nicht wirklich so viele Anhänger. Die werden ja hochgeschrieben. Und die CDU hat sich ja schon vorbereitet mit ihren grünen Plakaten und mit ihren grünen Flyern. Sie haben also die Farbe gewechselt, um sich den Grünen wohl anzudienen. Das ist wohl die Zukunft. CDU und Grüne, das ist wohl überall die gewünschte Zukunft. Also im Prinzip so weiter wie bisher, ab in die Finanzkrise, in die leichte Diktatur und die Grünen machen dann die Öka-Diktatur draus. Also das ist schon bedrohlich. Also die AfD muss 51 Prozent bekommen oder, das ist wahrscheinlich nicht erreichbar, aber doch viel, viel mehr, um zumindest eine Minderheitenregierung auf die Beine zu kriegen, wie auch immer. Ich weiß es auch nicht, in welche Situation wir hier reingeraten. Es ist eine schwierige Kiste, kann ich euch nur sagen. Also ich habe dann doch den Eindruck, dass da Herr Kretschmer hier auf Steuerzahlerkosten eine Reise gemacht hat oder seine Veranstaltung durchführt, um für die CDU am Ende zu werben. Am Ende ist es halt so. Ja, also das soweit von mir zu diesem Dialog. Und dann wird meine Antwort wohl noch kommen. Mal sehen, ob ich das diese Woche noch schaffe. Bis dahin, Feit.